Hallo und Willkommen. Sie können das Spiel live verfolgen auf dem SkySport 4 Kanal, den zweiten Runde des Der Deutsche Pokal FC Augsburg FC Schalke. 4. Diesen Dienstag, 29. Oktober 2024 um 18 Uhr. Das Endergebnis wird nach Ende des Spiels in der Videobeschreibung hinzugefügt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald!